Ja, Silage lädt er auch. Was ist denn das jetzt getestet? Wir haben ein bisschen Silage im Lager. Aha. Na, ist doch super. Dann haben wir doch schon mal ein Problem weniger. Ja. Dann ist ja eher die Frage... Warte mal, kann man doch mal gucken, weil... Ach nee. E und dann Platzierbar, ne? Diverses. Nee, das ist nichts. Silos. Wo ist das Fahrsilo? Das kostet 45.000. Das ist ja sicherlich das, was da hinten soll. Badgut-Silo, Extension. Ein Bunker-Silo hätten wir auch noch. Müssen wir gucken, ob das hinpasst. Wobei ich finde, Durchfahrsilos schöner. Nee, weil ich gerade überlegt habe, ob wir denn vielleicht sinnvollerweise lieber auf die BGA sparen, damit wir die Silage auch verkaufen können. Ja. Weil es nützt uns ja das beste Silo bei uns da nichts, wenn wir dieses Zeug auch gar nicht loswerden. Ach, ist das schon wieder voll hier. Und 166.000 finde ich jetzt nicht allzu... Weiß ich aber auch nicht. Ist bei der BGA ein Silo drin? Ich guck mal kurz, was wir hatten. Ne, Silo ist nicht drin. Was kam die BGA jetzt? 166.000, wenn ich richtig verguckt habe. Gut, also wir könnten zur Not auch ein kleines bisschen Kredit aufnehmen. Naja, das nützt uns ja nichts, weil wir haben ja die Technik dafür auch noch nicht. Also wir können bis... Machst du ja gerade. Naja, ich teste das mal. Ich wüsste gar nicht, wo man hier Silos hinsetzen soll. 440.000. Wo standen die denn? Hier unten, ne? Oh nein. Wo ist das Gebäude reinfahren? Ne, hier standen die, oder? Wo standen denn hier die Silos? Na, BGA. Ach ja, ne. Hier waren doch Silos, oder nicht? Ja, die waren vorher hier. Ja, ja. Gut. Ist doch richtig. Die Frage ist halt... Ich hoffe ja mal, dass man... Darf ich die mal kaufen, um zu gucken, ob wir mit den Dingern da wirklich gemütlich... Äh... Klar. Dann sehen wir auch gleich, ob es so als Verkaufspunkt da ist, oder nicht. Ja. Was ist ein Stroh? Stroh... 143 Euro. Soll ich mal mit Stroh kommen? Dann sehen wir ja, ob das klappt, weil ich hab hier grad Stroh voll. Dann komm ich mal mit dem Strohwagen rum. Das kriegst du ja da auch verkauft. Ich nimm mal Silage. Und dann probieren wir einfach mal. Das war jetzt kein Toppreis und damit machen wir den jetzt im Endeffekt auch noch kleiner, aber macht ja nichts. Ich fang mal mit meinem Wohnwagen los. Ja. Ja. So, warum will ich den Mama sein Essen machen, dann passt das nämlich auch perfekt mit anfanglich. Hier war mal die Bagel. Ja, dann können wir das Silo auch hier hinstellen. Dann haben wir es wenigstens gleich hier. Ja. Können wir denn irgendwann unten am Hof noch eins stellen für die Kühle, wenn man die dann irgendwann... Ach, nee, aber... Nee, das kannst du mir nicht antun. Ach, das war doch hier... Warte. Deswegen will ich grad mal gucken, wenn ich von der anderen Seite komme, ob man da dicht genug rankommt, weiß. Oh, scheiße. Äh, das erste, was ich aufgemacht hab, war nicht als Praktornik. Mhm. Wieso stand der eine Traktor? Schaut grad nicht auch reden. Gut, ich sag mal so, dafür kann man sich ja auch einen Starrenhänger holen. Ja. Warte mal, ich versuch das grad mal jetzt andersrum anzukommen. Das ist ein Überladenstraken. Warte mal, die BGA funktioniert doch jetzt ganz anders. Jetzt füllt man doch ein und man kriegt mitternacht das Geld. Kann das sein? Ja, sowas. Das war doch jetzt. Ja, du kannst hier drinnen überladen starten. Das geht hier schon. Also ich bin mein Stroh hier losgeworden. Musste nicht da vorne ran. Hast du das i auch? Ja, ne? Ja. Ja. Nur dann warten wir einfach mal ab, was passiert. Und dann verkaufen wir den, oder bringen wir den Rest dann am nächsten Tag. Müssen wir beim Vorspulen nur dann dran denken. Das. Ahem. Okay. Also der Grasschneider hat jetzt 180 PS. Was denn für ein Grasschneider? Achso, der... Ich hab den falschen Pack genommen. Aber es funktioniert. Achso, ja. Hundertfünftausend. Ja, das gibt ja natürlich Sinn. Ja, so viel kostet nämlich der Grasschneider. Ja, ich hab den Wischungsrat, ich hab das falsche Pack da umgeloadet. So, gucken wir nochmal einen Fortschritt. Dann ist es die Datei. Ähm. Aber ich hab die Beschleunigung und die Bremsen auch entsprechend angefasst. Mhm. Du kriegst heute Abend noch deinen Traktor. Ach Gottchen. Aber, aber ich weiß bloß ganz mit den Farben. Da muss ich selbst erst gucken, wo ich das machen muss. Zwar. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ja, doch, ein schönes Hoster. Na, Lila wär schöner. Schönes, kräftiges Lieder. Ach, da schreib ich aber morgen. Ja, mach keine Panik. Keine Panik, da sind andere Sachen wichtiger. Das ist nicht viel Arbeit. Dann können wir das Reststroh ja jetzt eigentlich auch in die BGA fahren, oder? Ja, ich überlege auch gerade. Wenn wir es jetzt sowieso ausprobieren, dann können wir es auch gleich so machen. Für Tüchen haben wir erstmal hier nur Stromlager. Nehmt sich ja jetzt vom Weg her auch nicht so viel. Ne. 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 Ist doch gleich unter der Ecke hier alles. Ist doch tippitoppi. Ja. Ja, Stefan. Ich hatte auch versucht, ne. Oder ich hatte vorhin beide Ladewagen hintereinander, aber den hinteren habe ich da nicht angeschaltet gekriegt. dann wäre ich jetzt mit zwei ladewagen gefahren wäre etwas effektiver gewesen ja ja was ist doch schön muss man musik wieder an machen dann darf man nur irgendwann mal nicht vergessen unseren kredit auch zurück zu zahlen ja ich habe vorhin gesagt der ertrag war zu niedrig also vom feld 14 jahr aber da war auch nicht gedüngt und nicht gekalkt also von daher ja das hat mir ja frisch gekauft von daher war halt reif aber nichts gemacht wenn es jetzt gedüngt wäre gewesen wäre und dann wäre es halt auch gut gewesen aber du weißt es ja selber wenn du Felder neu kaufst ist da selten was dir drückt dasselbe du hast vorher Quest gemacht ne dann ist natürlich alles tippitoppi äh was wollen wir hier für Silos draufsetzen doppelte oder ein einfaches ein einfaches reicht das große ja wir müssen es ja nicht voll machen wovor ich ein feld kauf schreibe schreiben dass es gezinkt und gekalkt ist ist das so eigenartig aus müsste klappen müsste man auch gut reinkommen da können wir nämlich doch gleich ähm da auch Gras draufsetzen oder? mhm dann können wir gleich testen ob die Silowände dicht sind oder nicht mhm naja nun das nutzt uns ja nix wenn das irgendwo raus plumpst da gut für Silo sind die Ladewagen aber ein bisschen blöd weil du halt nicht hinten abladen kannst ne oh warte mal ne das macht ja mach doch man kann man kann auch hinten abladen mit U kannst du doch eigentlich so gut wie immer ach stimmt es gibt doch welche da kann man es nicht ändern ja eben ne es ist mir auch gerade aufgefallen dass das ja doch geht aber dann brauchen wir ja wirklich nur noch einmal so ein Ding ins kaufen davon können wir dann wirklich erstmal nur einen kaufen aber macht ihr nichts das mach ich gleich bevor ich den bevor wir das nämlich vergessen und irgendwas anderes kaufen wir machen mal das fällt ja so dass hier Gras drauf ist und gut ist weil das möchte ich jetzt wirklich ausprobieren mit den Silos da auch und Opfer große Technik brauchen oder eben nicht hab ich jetzt so das letzte Lied angemacht nicht euer Ernst gibt's doch nicht nachher noch inhalieren nach dem Essen machen ja bitte es hört sich gefährlich an ja ich glaube auch gut auf dem wir unser Liebes waren kein Stein will es noch mehr wirklich also ich muss sagen der Husten ist schon ein bedeutender morgen und abend ist er weg Kalken müssen wir das ja hier bestimmt so oder so oder? ja wie üblich naja muss gepflügt werden so ne scheiße Entschuldigung jetzt heißen wir mal einen Flug mieten und los geht's yay das muss man mal mit Tom reden dass man das nicht ausstellen kann im Moment geht das flügen notwendig ab immer au 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 Tom lacht auch schon warte ich überhole dich gerade ja ich weiß es so das passt doch gerade so hier hin das große ja ich denk das steht da ganz gut so oder definitiv so es passt doch gerade so hier hin das große Äh, das ging noch eben auch. Jetzt. Ah, wenn du hinten warst, dann gehst du auch schon in vorne. Okay. Ich fahr lieber so rum rein, dann brauch ich mich da hinten nicht voll beladen im Berg hochquälen. Sag mal, sieht das hier nur so aus? Ja, es sieht nur so aus. Als wenn das an der Luft steht, gell? Ja, aber ist nicht. Oder? Nee. Sieht echt so aus, ja. Daher Chat lesen und fahren ist gefährlich. Also bei dem Feld steht hier nicht, dass das, äh... Nee, aber geh mal auf Escape. Und dann siehst du bei Bodenbeschaffenheit, dass das gepflügt werden muss. Rot. Ich denke, dass vielleicht die Karte nicht mit dem beeinpasst, was wir... Wenn wir das ausgestellt haben, dann ist das aus. Weißt du, wie ich mein? Ja, richtig. Deshalb bin ich ja ein bisschen... Naja. Not amused. Gucken wir mal, was er dann sagt, wenn wir das da gekalkt haben. Oh, das ist geil. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020